Es gibt Tiere, die haben ein schönes Leben vom Beginn bis zu den letzten Tag Sie sind ein Tier, leben lang bei ihren Menschen und werden geliebt Sie sind Familie mit Glieder und alles wird so geplant, dass ihr geliebtes Tier Überein mit hinkam, Urlaube werden dort gemacht, wo Tiere willkommen sind Diese Tiere leben mit einem perfekten Umfeld Und sie leben mit ihren Menschen, bedingungslos und sind treu Es gibt nichts Treures auf der Welt, als ein Tier aus seinen Menschen, das Leben verschönert hier Sie sind bedingungslos, treu und stehen zu den Menschen, die ihnen Futter geben und ein Zuhause Sie leben bedingungslos und sind treu bis zu ihrem Tod Ein Tier würde nie seinen Menschen verlassen, egal was passiert Sie leben ihre Menschen in Furcht und im Leid und stellen mir was in Frage, sind treu bis zum Ende Es gibt Menschen, die nutzen diese bedingungslose Treue dieser Tiere Für unmögliches und abartiges Haus Sie misshandeln und schlagen die treue Seele Sie brechen sie und richten sie total zu Kunde Doch das Tier würde nie seine Menschen verlassen, egal wie schlimm ihn geschieht Deshalb habt Achtung, schaut hin, lasst nicht zu, dass ein Tier so misshandelt und schlecht behandelt wird Es hat es nicht verdient Es gibt nichts Treures auf der Welt, als ein Tier aus seinen Menschen, das Leben verschönert hier Sie sind bedingungslos, treu und stehen zu den Menschen, die ihnen Futter geben und ein Zuhause Sie leben bedingungslos und sind treu bis zu ihrem Tod Ein Tier würde nie seinen Menschen verlassen, egal was passiert Sie leben ihre Menschen in Furcht und im Leid und stellen mir was in Frage, sind treu bis zum Ende Wenn ihr bemerkt, dass Tiere leiden müssen Wenn ihr bemerkt, dass Tiere geschlagen, getreten oder misshandelt werden Schaut nicht weg, meldet diese Menschen bei der Polizei und bei den Behörden, helft Mit dass diese treuen Seelen aus diesen Verhältnissen rauskommen und die Chance bekommen Ein gutes Leben zu haben bei Menschen, die ihnen Liebe und Zuwendung geben Denn Tiere leiden doch bis in den Tod Jedes Tier hat eine Seele und hat Gefühle, doch es ist nicht in der Lage Zu sprechen und zu sagen, was ihnen geschieht Deshalb sei aufmerksam und wenn du bemerkst, dass etwas nicht stimmt Auch wenn es nur ein Verdacht ist, schau nicht weg und hole Hilfe für das leidende Wesen Es gibt nichts Freues auf der Welt, als ein Tier ist ein Menschen Das Leben verschönert hier zu bedingungslos Freude stehen zu den Menschen, die ihnen Futter geben und ein Zuhause Sie leben bedingungslos und sind treu bis zu ihrem Tod Ein Tier würde nie seinen Menschen verlassen, egal was passiert Sie lieben ihre Menschen in Furcht und im Leid und stellen mir was in Frage, sind treu bis zum Ende Lass mich zu das Tier, Leid geschickt Das haben diese treuen Wesen nicht verdient Dies ist eine Kampagne gegen Tierquälerei Lass mich zu dem Leid und stellen mir was in Frage, sind treu bis zum Ende Zum vollsten Ende Wenn ihr bemerkt, dass Tiere leiden müssen Wenn ihr bemerkt, dass Tiere geschlagen, getreten oder misshandelt werden Schaut nicht weg, meldet diese Menschen bei der Polizei und bei den Behördenheft Und dass diese treuen Seelen aus diesen Verhältnissen rauskommen und die Chance bekommen Ein gutes Leben zu haben bei Menschen, die gegen Lieder und Verwenden geben Das ist eine Kampagne, die gegen Lieder und Verwenden geben Das ist eine Kampagne, die gegen Lieder und Verwenden geben